Jetzt guckst du mich da drüben so an? Du machst mir alles nach. Nee, du. Nein, du machst mir alles nach. Äh, nein, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei City... Bad. Jetzt guckst du mich da drüben so an? Du machst mir alles nach. Nee, du. Nein, du machst mir alles nach. Äh, nein, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei City... Bad. Und zwar, wir warten mal noch auf den Kollegen, der mich auch noch mit dir hier aufnimmt. Ähm. Und dann geht's los. Also, ich mach' einen ganz kurzen Cut. Bisschen Spaß muss sein. Ja, nee. Ja, da ist er, ja. Ich hab' grad so ein bisschen rumgetölt und ja, im Spiel so am Anfangs-Screen... Kommen wir es rumgelabert? Ja, guck mich nicht an! Halt die Fresse! Äh, was? Äh, äh... Äh, die Figuren, die zu er... Ja. Gut. Ja, ich... Kann man auch machen. Genau. So, liebe Leute, wie gesagt, jetzt geht's los. Ja, ist da. So, jetzt nehme ich euch auf. Mein Intro ist gesetzt. So... Augenblick, Augenblick. So, jetzt können wir. Jo, ich bin dumm. Wieso? Ähm, ich tu' Glas raus, tu's wieder rein und dann merke ich, es ist noch gar nicht mit Mana. Oh Gott. Super. Da muss ich erstmal meine Zuschauer begrüßen. Ja. Meine nicht vorhandenen Zuschauer. Gut. Hallo ihr Gamer da draußen. Ich hoffe, ihr gamet nicht. Ich hoffe, ihr macht nur Scheiße. Genau. Laut, laut, ähm, darf ich das sagen, die treibenden Staben? Ja, klar warst du das. Ja, gerne. Also laut RTL, ne, machen wir ja eh nix. Und ich hab' überlegt, ob ich heut' mal duschen gehe, ne? Echt? Ja, das ist ja wirklich lauber. Weil es waren heute hier 35 Grad Wester. Na, bei uns, ich gefühlte, also ich weiß nicht, wie ich es schaffe draußen, wirklich ohne Scheiß und so so eine 40 Grad, und wenn ich hier drinnen sitze, wirklich das schon, den ganzen Tag über, wenn man mir das ansieht, wie mein Gesicht schon eingeschlafen ist, äh, es sind wirklich angenehme 16 Grad. Also ich hab's Fenster und Rollo unten gezogen. Also bei mir in der Bude ist es extrem warm. Ja, komm, du drauf an, du dürfst, unterm Dach wohnst, oder? Ja, gut, halb, halb unterm Dach. Erste Etage. Ne, unter mir ist ne Garage von so einer Firma. Ah, okay. Von ner Firma. Ja, das ist so ne Firma, die reparieren Rennautos und so. Ja, das ist ja immer schön laut, wenn unten so ein Ding drin rumfährt. Ja, es geht eigentlich, die reparieren zur Zeit nen Trabi und der hat richtig Sound, ey. Hm, na, die Dinger, die sind, wenn du dir anguckst, wie so ein alter Motor funktioniert noch. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Glas drin lass, das sieht aus, ob da nix drin ist bei mir. Ähm, du kannst normales Glas nehmen und es gibt den Chisel-Mod. Ja, das weiß ich. Ähm, finde ich persönlich im Default nicht so schön, aber für den schnellen Geschmack ist er denn ausgetroffen. Hey, wie wird denn jetzt die Chisel geschrieben, ne? T-H-I-S-E-L. Was, T-H? Oder gib einfach unten im N-E-I 4-4-6-5 ein. Okay, 4-4-6-5, da ist er. Wie wird denn der hergestellt? Oh, der ist ja billig. Eisen und Stock. Ja, der ist doch billig. Der ist billig, Junge. Alter, der ist ja billig. Billig. Hab ich denn hier Eisen? Ich brauche ein Sand. Klaue ich mir ja was. Hey, hey, lass mich durch. Hab ich echt noch kein Eisen gefunden? Ich hab schon wieder vergessen, die Zeit zu starten. Bin ich jetzt bei 3 Minuten wieder. Ja, 3 Minuten haut hin. Ungefähr. Ja, ungefähr. Also ich nehme jetzt noch, sagen wir mal, 15 Minuten, also bis eh 20.15, dann ist die Folge fertig schon. Ey, hab ich echt noch kein Eisen gefunden? Gibt's das? Na, von mir kriegst du keinen, du willst das ja nicht. Nee. Findest du nicht schön. Nicht wirklich. Ich hab kein Holz, nix ey. Wiss nicht, wir sollten mal uns in die Federn hauen? Ja, sofort, ich will mal noch eine Kiste machen. Okay. Ja, da bin ich gerade dabei. Richtig productive. Ja. Während du die Kiste machst, dadurch jetzt hier noch die... Nichts ins Skelett. Oh mein Gott. Holy crap. Sehr. Wenn steht ein Sprengpenis. So liebe Leute, Sprengpenis. So liebe Leute, ich weiß nicht, aber... Was macht ihr so, wenn du versuchen wollt, zu schlafen, wartet ihr auch bis Euro? So, Gegner schlafen geht, keine Ahnung. Ach so ist das, so. Ja, ich sparte im Bett. Na, jetzt hast du keinen Back. Also nicht auf dich. Ja, 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 komm, jetzt redet ich mal. Nichts Spaß. So, ich... Oh Gott. Sinkendes Niveau. Auf jeden Fall. So ein bisschen, aber nur. Sehr gut. An sinkendes Niveau kann ich immer von Vorteil sein. Ich muss mal ein bisschen in die Mine gehen. Oh ja. Also ich habe mir vorgenommen, eventuell, wenn ich jetzt die... Also ich versuche jetzt die Ferien über... Pro Woche vier Videos auszuhauen. Man möchte es kaum glauben. Wow. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Durch vorproduzieren, weil ich die ganzen Ferien nicht da bin. Hahaha. So kann ich nicht warum ich hier runter renne. Ja, ich würde es eigentlich so versuchen, ein Tag... Jetzt wissen doch meine Zuschauer gleich. Okay, ein Tag Ultra-Hotcore, dann den nächsten Tag das, dann den nächsten Tag Ultra-Hotcore. Also es ist immer alle zwei Tage sich abwechselt. Mal gucken, ob ich es so schaffe. Naja, ich hatte einen alten Kanal mal. Hatte ich jeden Tag irgendwas rausgehauen. Hat man dann auch an schulischen Noten gesehen, an Leistung. Ach, der alte Kanal, wo nur ein Video drauf ist. Ja, die anderen, die sind nicht gelistet, die Hanse theoretisch auch angucken. Aber... Naja, hab ich vergessen, auf Privat zu stellen. Ach, ist doch nicht... Obwärmlich. Ist doch nicht schlimm. Die Nation. Halt die Fresse. Du scheiß Schaf. Äh, Schaf, ja. Schwein. Ist ja wie gestern. Was? Wo du dich ständig versprochen hast. Versprochen? Naja, wo du beispielhaft gesagt hast, ja, weiß ich gerade nicht mehr. Irgendwas und dann immer irgendwas Falsches, was dann so komisch zusammenpasste, dass ich lachen musste. Ach so, wo wir im TS gelagert haben. Ja. Okay. Ich kann mich da gar nicht... Stundenlang. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe manchmal... Wie schlecht ist. Gedächtnis. Irgendwie zur Zeit schon. Das geht doch nicht, ja. Das geht doch nicht, ja. Ne. So, wir sagen uns mal ein bisschen Blumen für uns ist Mahler schon. Mahler. Auf jeden Fall. Ich denke mal, da gehen alle Blumen, die so blinken und blitzeln. Keine Ahnung. Also, wie willst du das machen? Du willst jetzt... Hast du den Kessel aufgestellt? Ne, noch nicht. Ich will jetzt mal ein bisschen Eisen sammeln und so. Und ein bisschen Zink für Elektrik. Also, wenn du... Auch wenn ich davon keine Ahnung habe, Ich auch nicht. Ein kleines Teil wesentlich. Du brauchst... Ein... Ein Mana-Becken oder irgendein anderes Becken. Dann so ein Mana-Spreader. Oder das Breeder oder was. Ja, und du brauchst halt Blumen, dass die das... Das Ding voll machen. Und das Ding, das tut es dann in den Mana-Behältern. Wow, Erfahrung. GG. Bergbaumeister. Du brauchst aber dafür. Du brauchst, um so eine andere Blume herzustellen, irgendwie so ein Altar oder irgendwas anderes. Ein ruhigen Altar, irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ich google da mal so ein bisschen. Also, der Mod braucht Zeit, um es zu verstehen. Auf jeden Fall. Ja, also wie das neue Uplighter Logistics oder das neue Taumkraft. Liebe Leute, ihr könnt mich jetzt hauen. Ich mache so ein Projekt, um ein bisschen Erfahrung zu holen, wie die Mods funktionieren auch. Weil ich kenne das wirklich nur mit dem Schüssel. Und dann... Ja, und ich weiß natürlich, wie man das Zeug umwandelt und auch das mit dem Tor da, wie man das baut, wo man reinschmeißt und dann kommt anderes Zeug. Ja. Was? Ja, das hat der Kollege oben an seinem Baumhaus, so ein Riesentor mit Mana-Kristallen und so und ja. Keine Ahnung. Wenn du es anmachst, wenn du es anmachst, du es das Zeug reinschmeißen und dann kriegst du ein anderes Zeug. Ach, hier so ein Elfenportal. Ja, sozusagen, genau. Alter, ich suche irgendwie mal eine Höhle. Du denkst, ich finde was? Zweifelig. Das ist Wahnsinn. Ach, schade, dass es die Korb in das Blocks hier nicht gibt. Oh, das habe ich. Ja. Subi. Jetzt hatte ich die Aufnahme. Das Fenster minimiert. Jetzt hat es den Clip in vier Teile geteilt. Oh. Du bist ein Held. Ja. Was hat man alles machen? Oh, ich überlege gerade, was mir Schaden macht und ich habe Hunger. Oh. Hast du noch genug Phrasen? Ja. Ah, fünf. Von deinem wertvollen Phrasen. Das ist ganz wertvoll. Ja. Alter, ich finde hier keine Höhle, gell? Keine Höhle. Ja. Gar nicht. Ich bin auch dumm, ich hätte ja an die Höhle gehen können, wo ich am Anfang drin war. Standard zufälligerweise im Bett? Ne. Okay. Die ist in der Nähe von meinem Haus auf jeden Fall. Okay. Ja. Aua. Ich muss mal wieder bitte Holz suchen. Wohl, Holz habe ich. Ne. Wie das klingt, Holz suchen, als ob es hier nicht genug gibt. Ne. Wir leben ja in so einem Biom, wo es nicht genug Holz gibt. Wusstest. Ja. So. Oh, ich bin gerade bei dir rausgekommen. War nicht schlecht. Das kann ich mal, denke ich. Also, muss ich jetzt mal so sagen. Ich könnte meine Geschichtslehrerin erschießen. Wow, warum das denn? Die ist manchmal wirklich so gefühlslos. Okay. Also, so dachlich, dass man sich an den Kopf greift und sagt, geht es immer mehr freundlicher. Problem mit Gefühlen. So schlimm? Naja, ist teilweise wirklich viel komisch. Und dann ihre Witze. Schwierig sagen, dass die von gestern gut waren, aber... Oh, Gott. Ihre... Naja, ich kann jetzt mal einreisen. Aber das unterlass ich denke ich mal. Oh, mach nur, mach nur. Ne, ne, das wird uns sehr gesperrt. Okay, so schlimm? Das ist so schwarzer Humor, das brauchst du gar nicht erzählen. Da wird der ganze Kanal gesperrt. Sicher? Naja, so schlimm ist es denke ich nicht, aber so sind. Oh, ne. Also, wenn mein Kanal gesperrt wird, bist du schuld. Ja. Muss ich ja ein Schadensersatz zahlen. Oh, ja. Ich trau mich jetzt hier runter zu springen. In der Hoffnung, dass mich was in der Luft jagt, ne. Naja, die sind teilweise so trocken, die Witze. Okay. Da lacht sogar der Urknall. Was war das denn jetzt? Aha, okay. Kopper. Na gut, nehmen wir mal was mit. Was man hat, hat man, ne. Ja. Sehe ich also. Also, ich nehme grundsätzlich alles mit in der Mine. Außer das Inventars voll. Ja, dann. Siehste, hat mir einen Rucksack gegeben, ne. Ich habe den Schnitzel gerade gar nicht, weil, ja. Ja, eigentlich bist du ja schon hundertprozentig fertig. Ja, irgendwie. Oh. Du hast ja die Sachen, die man eigentlich gegen Ende bekommt oder macht. Wie das Schwert oder die Rüstung. Die erste Terras-Stil oder das ist meiner Stil. Äh. Doch, dass du siehst, wenn du in der Parlament. Der Verklinge, Schärfe 2 plus 9,5 Angriffsschaden. Äh. Was? Du warst ja ganz blass. Ich lege das Gesicht ein Liter. Na, mal gucken, wie lange ich das benutze. Bis ich mir ein Diamantenschwert machen kann und mich mir dann mal selbst eins machen kann. Äh. Weil ich so, der Modbotania hat schon eine gute Sache vorgelegt. Ich sage aber, meiner Meinung nach, nicht hundertprozentig ausgereift. Ja, es gibt immer auch Fehler. Da fehlen noch so ein paar kleine Sachen, die das ganze Bild auch schweren, aber sonst. Aber was ich cool finde, was für eine Mod drauf ist, mit Toilette und alles, wisst ihr? Finde ich nur ein bisschen, ja, finde ich nur ein bisschen nice. Damit kenne ich mich auch aus. Kaum zu glauben. Ich habe Toilette geschrieben. Ah, Mr. Greif, ich fühle mich schon mal. Nicht schlecht. Na, mit Toiletten kennen sie dich aus. Ja. Und da, ha, ha. Immer. Ziemlich, ziemlich gerissen. Auf jeden Fall. Und hier ist Party hier unten. Party. Habe ich hier irgendwie ein bisschen... So, ich bezweifle nur, ob das hier gut geht, was ich hier vorhabe. Eins, zwei... Ach, das ist gar nicht. Äh, ach so. Ich wollte mal kurz was sagen, weil ich eigentlich am Anfang der Aufnahme sagen. Äh, und zwar... Wenn ihr euch wundert, dass ich so viele Folgen raushaue, das liegt einfach nur daran, dass es hier kein Limit gibt. Wie bei Minecraft Mark zum Beispiel. Aber da darfst du auch nur bestimmte, äh, darfst du nur ein bestimmtes Limit haben, ne? Was du hochladen darfst in der Woche. Und wenn du drüber hinaus bist, ähm, kriegst ein Bann oder so, oder eine Tagessperre. Und dann mit der Tagessperre könnte ich leben. Ja, aber es ist ja hier Gott sei Dank nicht so. Oder hast du irgendwas gelesen, dass man eine bestimmte Anzahl an Minuten nur aufnehmen darf? Ja, wer, wer, oh, achi. Ja, das ist... Aber, denn, eigentlich müssen es so machen, die älteren Teilnehmer. Ja. Die müssten ein bisschen weniger können, aber das wäre ja dann wiederum... Na gut, dass es dann Bälle ist. Okay. Ja, hm. Naja, das ist dann... Also es passt schon so vom Regelwerk. Wie das hier vonstatten geht. Ja. Dumme sollten schlafen gehen. Ähm, ich bin grad tief in der Höhle. Ich hab hier kein Bett mitgenommen. Ah, gut. Ja. Dann lass mir das mal. Mit dem Schlüssel. Dann vergessen wir das. Ja. Oder du lockst dich schnell aus. Dann... Hm, ich hab... Ich hab auch keine Fackeln. Ich... Also das heißt, ich geh jetzt erstmal wieder zurück. Gut, dann baue ich noch den Sandstück ab. Ja, ich geh jetzt zurück, um zu gucken, ob ich überhaupt zurückfinde. Da hatte ich grad eine Skibennachricht gekriegt. Ich stell mir mal aus, angewöhnt ist zu schließen. Ja, das mache ich immer aus. Alter, was war das? Keine Ahnung. Boah, mein Herz. Ich pausier mal kurz bei mir die Folge. Geht's hier raus? Geht's raus? Geht's raus? Ja, ich überleg grad, wie lange wir aufgenommen haben, aber ich glaub, der ist grad nicht da. Ich weiß, ich glaub, ne neue Aufnahme. Ja, wir gehen mal nach Hause, dann machen wir neue Aufnahme. So. Ja, Mensch, da haben wir ja ganz viel geschafft. Ja, auf jeden Fall machen die grad keinen Schaden. Finde ich eigentlich gut. Skeleti, 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 Skeleti. Ja, ich werde mir auf jeden Fall Diamantenschwert rühren, liebe Leute. Gar keine Frage. So. Machen wir hier mal zu. So, dann bin ich wieder, weiter geht's. Meine Holzdielen, die knacken in der Wohnung. So, auf jeden Fall, meine Holzdielen, ja, die Diele wackelt und ich bin im Bett. Und ich beende jetzt die Aufnahme. Gut. Weil ich glaub, weil ich glaub, das ist soweit. Ist es soweit. Ich muss noch eine Minute ranhauen. Ja, dann mach's ganz genau. Ganz genau. So. Gut, wir stehen im nächsten Part wieder auf und dann geht's los. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.